Jojo, willkommen zu meinem Vlog. Heute geht es nach München. Jetzt sind wir gerade in Nürnberg und ja, Outfit ganz normal in Nike Joggerhose, auch ganz gespannt und ja, let's go würde ich sagen. So, jetzt sind wir in München angekommen. München Hut. Jetzt ist es München Hut, let's go, let's go. Jetzt gehen wir in die Stadt. Richtig gut, richtig meine neue Gehörer. Let's go, let's go. Jetzt warten wir auf die F-Bahn. Wollen Sie auch was im Vlog sagen? Nein. Okay. Wir sind jetzt in der Innenstadt. Da ist übertrieben viel los. Ja, wir gehen jetzt zum Dönerladen und holen jetzt einen Döner. Aufentspannt. Hier ist alles mega voll. Ich weiß nicht, warum hier alles voll ist. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich hier filmen soll, wenn hier alles so voll ist. Ähm, genau. Ich filme jetzt einfach ein bisschen hier rum und labere irgendwas, damit sich die Zeit einfach irgendwie hochkickt. Weil, äh, hallo, ich bin schwanger, ich muss hier durch. Danke. So. Ähm, genau. Finde ich gut so. Es ist doch voll unangenehm, irgendwie zu reden, wenn, ne, wenn hier so viele Leute sind. Ich bin noch nicht so in der Vlogger-Szene drin. Deswegen ist das normal eigentlich, wenn man hier so eigentlich rumflopft und einfach so redet. Also, wie machen das die anderen Vlogger? Ja, eigentlich, dass ich da jetzt selbst in der Nähe bin. Ja, ähm, genau. Das hat sich jetzt wieder beruhigt. Einigermaßen. Man kann jetzt hier auf jeden Fall, es ist so komisch, Leute zu filmen. Ähm, ja. Ich kann hier einfach nicht ernst bleiben, ne. Es ist so komisch. Ich mein, muss sich dann eigentlich alle fragen, ob ich ins Video will? Äh, ob die ins Video wollen? Aber das ist dabei. Echt? Ja, geil. Ähm, genau. Ja, sind wir hier wieder ein bisschen, wo sich ein bisschen beruhigt hat. Äh, das wird Bisschen unangenehm, wie ich da durchgegangen bin, jetzt zum Beispiel. Äh, es ist einfach kein guter Vlog, aber ich muss irgendwas hochladen. Ich schrei, glaube ich, hier einfach gleich rum. Ne, das mach ich nicht, weil dann schauen mich alle an. Mein Kumpel wär auch langsamer gehen als, keine Ahnung, kommst du mal bitte schneller. Ist noch schon unangenehm genug hier. Oder soll ich dich gleich filmen? Ja, also. Ähm, genau. So cringe, 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 cringe. So cringe. Muss hier durch, danke. Ja. Leute. Wollt ihr essen? Ich weiß nicht. Es ist Vlog time. Oh ja. Gott, ich hoffe, wir werden es nicht vom Geschauen. Ich habe mir das nicht. Ich habe mir das nicht. Sorry. Oh, ja, ja, ja. Nur eine Minute. Machen wir mal so gut. Machen wir mal so gut. Damit werden diese Leute die VG und die durchgehen. Wir werden das Geld rein. Oh ja. Kling, Kling in der Kasse. Was macht ihr Bre. Das Geld muss hier raus. Lass das Geld rein! Lass das Geld rein! Okay, komm. Okay, kein Bock mehr sehen, tschüss. Hier gibt es aber was von Dragon Ball, richtig cooler Laden irgendwie hier. Genau, wir sind jetzt hier und keine Ahnung wo wir jetzt hier sind. Unser Regenbogen IT ist jetzt angekommen, let's go, let's go, let's go, starke Sache. Ich habe das Auto vergessen, deswegen sage ich hier schon mal tschüss und man sieht sich bis zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Danke.